Wenn Sie bereit sind, mit VivoFit 2 die nächsten Schritte auf dem Weg zu einem gesünderen Leben anzutreten, sehen Sie sich diese zusätzlichen Funktionen an. Wollen Sie abnehmen? VivoFit 2 hilft Ihnen dabei. Es zeigt Ihnen, wie viele Kalorien Sie im Laufe eines Tages verbrannt haben. Wollen Sie zusätzliche Daten über die Kalorienaufnahme verwalten, erstellen Sie schnell und einfach ein Konto bei myfitnesspal.com und verknüpfen es mit Ihrem Garmin Connect Konto. Geben Sie bei Garmin Connect Ihr aktuelles Gewicht ein, um Ihren Fortschritt zu verfolgen. Fehlt Ihnen manchmal die Motivation? Versuchen Sie es mit Online-Challenges und treten Sie gegen andere VivoFit 2 Benutzer an. Bei Garmin Connect können Sie kleinen Gruppen beitreten, um an wöchentlichen Schrittzahl-Challenges teilzunehmen und zu sehen, wie Sie in der besten Liste abschneiden. Erhalten Sie virtuelle Auszeichnungen und prahlen Sie ein wenig mit Ihren Fortschritten. Gründen Sie einfach eine Challenge-Gruppe mit Freunden und Familienmitgliedern. Erstellen Sie bei Garmin Connect ein Netzwerk an Verbindungen, die Ihren Fortschritt sehen dürfen und Sie weiter motivieren können. Um eine Aktivität aufzuzeichnen, zum Beispiel ein Geh- oder Lauftraining, halten Sie die Taste am VivoFit 2 gedrückt, bis auf dem Display ein Uhrensymbol zu sehen ist. Zum Anhalten des Timers drücken Sie die Taste erneut. VivoFit 2 kann Ihre Herzfrequenz- und Herzfrequenzbereichsdaten für beliebige Sportaktivitäten aufzeichnen. Laufen, Radfahren oder eine Kardiostunde im Fitnessstudio. Einfach den Garmin Herzfrequenz-Brustgurt anlegen und die Taste auf den VivoFit 2 drücken, bis die Herzfrequenzseite angezeigt wird. Haben Sie sich beim Kauf für VivoFit 2 ohne HRM-Brustgurt entschieden, können Sie dennoch zu einem späteren Zeitpunkt optional einen Herzfrequenz-Brustgurt erwerben und fügen diesen via Garmin Connect einfach in den Geräteeinstellungen hinzu. Synchronisieren Sie als nächstes VivoFit 2 mit Garmin Connect. Ab jetzt können Sie Ihre Herzfrequenz auf dem Gerät ablesen, wenn Sie den Herzfrequenz-Brustgurt tragen. Legen Sie gleich los und entdecken Sie diese Zusatzfunktionen, wenn Sie mit VivoFit 2 mehr Bewegung in Ihr Leben bringen.